In diesem Video wollen wir mit Steigungen im Prozent arbeiten und feststellen, dass keine direkte Proportionalität zwischen der Steigung im Prozent und dem Steigungswinkel existiert. Als erstes sollen wir erklären anhand der Skizze, warum eine Gerade mit Steigung 100%, also einem K von 1, nicht senkrecht ist. Und wir sollen dann den entsprechenden Steigungswinkel ermitteln. Dazu schauen wir mal die Skizze an. Ich habe für euch ein gelbes Strichmännchen eingezeichnet, damit wir wissen, um welches Dreieck es sich handelt. Wenn jetzt dieses gelbe Strichmännchen einen Schritt nach rechts geht, dann geht es ja auch einen Schritt nach oben, da wir eine Steigung von 100% haben. Somit ist unser Steigungswinkel Alpha hier einzuzeichnen. Alpha entspricht natürlich jetzt 45 Grad, da wir hier ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck haben. Wir können uns aber auch Alpha, wie gewohnt, durch den Zusammenhang Tangens von Alpha gleich Delta Y zu Delta X ermitteln. Da Delta Y gleich 1 ist und Delta X auch gleich 1, haben wir Tangens von Alpha gleich 1. Das können wir durch den Akustangens umformen und dann haben wir Alpha gleich 45 Grad. Kommen wir nun zu zweitens. Hier sollen wir anhand der Skizze erklären, warum eine Gerade mit Steigung 200%, also einem K von 2, nicht dem Steigungswinkel 2 mal 45 Grad, also 90 Grad entspricht. Dazu habe ich wieder ein Strichmännchen für euch eingezeichnet und auch den entsprechenden Steigungswinkel. Wir wissen jetzt, den Steigungswinkel können wir uns wie gewohnt durch Tangens von Alpha gleich Delta Y zu Delta X ermitteln. Delta Y ist ja hier 2 und Delta X ist hier 1, da wir für einen Schritt nach rechts zwei Schritte nach oben machen. Somit erhalten wir ein Alpha von 63,43 Grad. Das ist ganz entscheidend. Das heißt nämlich, es besteht keine direkte Proportionalität zwischen der Steigung im Prozent und dem Steigungswinkel. Das ist ganz wichtig. Das heißt nämlich, ihr dürft nicht die Steigung einfach mit 2 multiplizieren und den Steigungswinkel dann auch mit 2 multiplizieren. Das darf man nicht machen. Bevor wir jetzt zu drittens kommen, habe ich noch eine kleine Denkaufgabe für euch vorbereitet. Ihr seht in der Skizze ein kleines lilanes Strichmännchen, das sich bei einer Gerade mit 300% Steigung nach oben quält. Entspricht der Steigungswinkel dieser Gerade jetzt 135 Grad? Drücke auf Pause und überlege es dir kurz. Nein, entspricht natürlich nicht 135 Grad, da wir die Steigung 100% zwar mit 3 multiplizieren, aber den zugehörigen Steigungswinkel, nämlich 45 Grad, nicht mit 3 multiplizieren dürfen. Kommen wir nun zu drittens. Welche Steigung entspricht dem Steigungswinkel von 89,9 Grad? Also, wir haben jetzt ein Alpha von 89,9 Grad und wir wissen ja, K, unsere Steigung, ist ja Delta Y zu Delta X und das ist ja Tangens von Alpha. Somit können wir unsere Steigung K ermitteln, indem wir Tangens von Alpha ermitteln. Setzen wir den Winkel in den Tangens ein, erhalten wir dann ein K von rund 572,9. Das bedeutet, für einen Schritt nach rechts gehen wir 572 Schritte nach oben. Was bedeutet das jetzt noch, wenn wir einen Steigungswinkel von 90 Grad haben? Der kann nämlich nicht als Steigung im Prozent ausgedrückt werden, aber wieso nicht? Schauen wir uns das noch anhand der Skizze an. Ihr seht jetzt hier ein rotes Strichmännchen, das versucht eine Wand hinauf zu klettern. Es klettert aber nur nach oben und niemals nach rechts. Das heißt, es macht keinen Schritt nach rechts und geht nur nach oben. Wir wissen aber, für die Steigung im Prozent benötigen wir den Zusammenhang Delta Y und Delta X. Da aber das Delta X in dem Fall 0 wäre, würden wir hier nur nach oben gehen und durch 0 dividieren. Das dürfen wir aber nicht. Somit können wir die Steigung in diesem Fall nicht im Prozent angeben. In diesem Video haben wir somit gelernt, wie wir mit Steigungen im Prozent arbeiten und wie wir uns den Steigungswinkel ermitteln können. Ich hoffe ihr habt viel gelernt, bis zum nächsten Mal.